Durchsuche Behälter bei Orientierungspunkten im Ödland. Also ich blende euch hier eine Karte ein mit den ganzen Orientierungspunkten im Ödland. Für die Aufgabe müsst ihr 10 Behälter öffnen. Behälter wären zum Beispiel normale Truden, Munitionskisten, Lebensmittelkisten und so weiter. Sobald ihr dann 10 Behälter geöffnet habt, habt ihr die Aufgabe erledigt.